Musik Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, nicht erschrecken, ich bin Julia Leischig. Sarah und Patrick, für lange Zeit waren sie unzertrennlich. Seit einem Jahr fehlt jedoch jede Spur von Patrick. Mal sehen, ob ich ihn finde. Als Patrick plötzlich verschwand, brach für Sarah eine Welt zusammen. Er war ihr Ein und Alles. Ihm hat sie sich vollends hingegeben. Ich hatte Ihnen jeden Tag Liebesbrief und Geschenke geschickt. Jeden Tag. Verstehe. Ich hatte noch mehrmals an den Tag angerufen gehabt. Heike gemacht? Ach du Arme. Und Denne? Denne hat Ihnen noch alles zehn Minuten, bis Sie hier sind. Das tut mir so leid, Sarah. Soda, wie ich gestalte dir das als Kehr, wisst du? Wie das Leben manchmal so spielt. Uns konnte wirklich keiner trennen. Sarah, hast du vielleicht ein Foto von deinem Patrick? Klar, heike da. Kein Problem. Kannst du es haben. Kannst du die jetzt aussuchen? Aber das will ich wieder haben. Ja.